Du lieber Gott, was machen wir? Das Land überspannt der Verband der starken Hand. Leich und Arm, Stadt und Land sind der Arm der starken Hand. Und das Haupt des Verbands ist der stärkste Mann des Lands. Ach, ach! Leise, nur leise wie Mäusen, so leise, dass sie uns nicht hören. Unser Kreis nicht hören, nur leise wie Mäusen, so leise, dass unser Versteck gern nicht entdeckt. Was will nur still? Nur still, nur still. Was will nur still? Nur still! Doch, wie konnte es ihm gelingen, mir die Macht an sich zu bringen? Männer und Frauen, Kinder und Kreise, auf ihn baulich in gleicher Weise. Bauern und Städte, Herr und Kunde ist der Rette, gibt ihn recht. Leise, nur leise wie Mäusen, so leise, dass er uns nicht hören und unsere Kreise nicht hören. Nur leise wie Mäusen, so leise, dass unser Versteck er nicht entdeckt. Was will nur still? Nur still, nur still. Was will nur still? Nur still! Wie entsteht diese Autorität? Wie entsteht diese Popularität? Wer ihn gehört hat, der vertraut, denn was er sagt, das sagt er laut. Wer ihn gehört hat, ja, der hofft, denn was er sagt, das sagt er oft. Klar, was er sagt, ist nicht gescheit, doch er schreit unter freutliche Leut. Na ja! Leise, nur leise wie Mäusen, so leise, dass er uns nicht hören, unsere Kreise nicht hören. Nur leise wie Mäusen, so leise, dass unser Versteck er nicht entdeckt. Was will nur still? Nur still, nur still. Was will nur still? Nur still! Doch, wie konnte es ihm gelingen, mir die Macht an sich zu bringen? Gut, gut. Untertitelung des ZDF, 2020